Oh, unsere Heizrechnung wird wieder steigen. Und ich sollte den Heizöl-Tank vor der Heizperiode nachfüllen. Weil wir immer noch Öl verbrauchen? Weißt du, Papa, es gibt viele andere Möglichkeiten. Solathermie, Biomasse-Kessel, Wärmepumpen, Brennwertkessel, Hybridkessel. Warum installieren wir so etwas nicht für unser Zuhause? Wir sparen Geld und es ist gut für unseren Planeten. Die heutige Investition in ein effizienteres Heizsystem wird in Zukunft ökologische und finanzielle Vorteile haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.zukunft-haus.info.